Der Eidebam war zu viel. So. Ich weiß nicht, was ich ändern soll. Ist das Gehge zu klein? Kann das? Gut, dann eben ist es zu klein. Dann muss ich mal kurz was wegnehmen. Ähm, dann machen wir das Gehegen eben größer. So. Ah! Ähm, ist jetzt besser? Immer noch zu klein. Gut, dann machen wir sie noch ein bisschen größer. Keine Sorge, ich lasse die Besucher gleich raus. Ähm, Gehege, nein keine Zäune, ein Tor. Und dann kommt er raus. Geht's ein bisschen schneller. Egal, dann lasse ich mal das kurz offen bis die draußen sind. Glaub, die Dinos gehen jetzt gerade nicht raus. Guck mal, jetzt ist alles gut. Kannst du bitte was trinken, Dino? Sie sind jetzt alle draußen. So. Es ist gut. Jetzt können wir den Weg wieder hier nach hinten ziehen. Es ist ein bisschen weniger Platz da, aber wir kriegen das hin. Ich bin so unfähig, was Wege angeht. Was? Wo hat's ein Dinosaurier tot? Nein! Nein, Strutio! Das ist die Anfrage zur Fotografie. Mano! So, jetzt kümmern wir uns wieder um den Weg. So. So. Das sieht doch gut aus schon mal, oder? So. Was könnten wir hier hinten hin machen? Vielleicht ein kleines Pflanzenfressergehege mit ein paar... Ich müsste wieder mal die Forscher wegschicken, damit sie uns ein paar neue Fossilien holen. Habe ich es jetzt gerade verkauft? Oh, ich bin so dumm. Sorry, Leute! Na gut, Expedition Stensum, dann geht mal neue Dinosaurier finden. So. Haben wir irgendwas im Forschungszentrum, etwas Neues? Nein, hier können wir nichts tun. Hier können wir auch noch nichts tun. Ja, ja. So. Dann machen wir das schon mal. Okay. Ähm. Wir brauchen noch mal irgendwo ein... Ein Schutzzentrum. Kicken wir hier noch eins unter. Geht das? Nein. Oder? Hier möchte keins. Okay, hin. Dann eben nicht. Wir haben hier hinten eins, da eins. Müsste eigentlich doch hier vorne noch eins hin. Ähm. Ich sag das nur ungene, aber du musst kurz weichen. Sehr gut. Ähm. Wann ist das denn? Wo ist das denn? Da. Sehr gut. Ähm. Sehr gut. Was für ein Weg! Oh Mann! Machen wir halt eben einen kleinen Weg hin. So. T-Rex? Aaaaah! Kein Problem! So. Okay. Wir haben es ja schon fast. Wir müssen nur noch ein bisschen, da jetzt keiner... ...da ein bisschen... ...ein Personal mehr anstellen. Sehr gut. Das war echt gute Arbeit. War ja auch nicht schwer. Ähm, Moment. Wie kam ich nochmal da drauf? Nein. Nein. So. So. Ach Gott. Ich spiele dieses Spiel zu selten darum. Ich hätte gerne noch einen neuen Auftrag von der Wissenschaftsabteilung. Wenn Sie mit dem ganzen Chaos der Anlagen und den Dinosauriern zurechtkommen, wie schwer sollte es dann für jemanden mit Ihren Talenten sein, diesen neuen Auftrag abzuschließen? Okay. Machen wir doch. Wenn Sie ein Inventarplatz... Mehr Gebäude führen zu mehr Möglichkeiten. Schlagen Sie zu. Dankeschön. Ähm. Ähm. Ich muss nochmal kurz einen neuen Auftrag annehmen. Nein, sterben uns alle Struthymimus nacheinander ab. Verdammt. Weg. Nicht ab. Ich würde gerne diesen Auftrag beenden, weil ich den Dinosaurier noch nicht habe. Den auch nicht noch... auch nicht so schnell bekomme. Ähm. Den haben wir noch nicht. So viel. So viel. Mhm. Mhm. Jetzt muss ich wieder neue Struthios machen. So, wie geht's unseren Neulingen? Geht's euch gut? Geht's euch gut? Aber gerade so zufrieden. Aber gerade so. Habt ihr Namensvorschläge für die Dinos? So, by the way. Wie geht's meinen Dinosaurier? Die sind alle hier. Habt ihr eine Idee, was ich auch hier hinten hinbauen könnte? Ich trinke mal kurz eben was. Moment! Ja, ich krieg die Flasche nicht auf. Ja. Genau. So, bin wieder da, habe ich fertig getrunken. Chiara sagt, ich soll den T-Rex Rexy nennen. Können wir gerne tun. Wo ist er? Das ist jetzt Rexy. Rexy ist am Zaun, das gefällt mir gar nicht. So. Ähm, Reck-si. So. Reck-si. Ehm, wir können den neuen, äh, Strutius mal freilassen. Wir könnten hier hinten doch ein, haben wir? Wir haben Strutius, Edmonds und Hu Jack Sauros. Wir könnten hier hinten ein Gehege mit... Mit den... ja... Also heute habe ich es mit den Namen... Ich weiß, dort wo ich jetzt gerade drauf bin, das meine ich. Na, ach nee... Wo ist denn eine Krankheit ausgebrochen? Hier! Und wenn du das gemacht hast, kannst du noch das machen... So... Dass die immer so viel essen müssen! So, also wir bauen hier ein kleines Pflanzenfressergehege. Vielleicht schaffen wir, dass wir sogar ein Ranger-Team nach hinten hingekriegt bekommen. Damit... ähm... Damit einfach schneller da sind, die müssen ja um den ganzen Park fahren, damit sie hier ankommen. Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können Sie der Unterhaltungsabteilung jedenfalls helfen. Ja, ja, machte das. Ähm... Was wollte ich jetzt gerade tun? Stimmt! Neues! Ich wollte ein kleines Kraftwerk noch da hinsetzen. Ja, Strutio ist tot! Hier kommt noch ein Umspannwerk. So... Und dann von da... Jetzt sind schon zwei Krankheiten ausgebrochen. Verdammt! Moment! Moment! Aufgabe hinzufügen... Bestätigt! Es sollte vielleicht... Es sollte vielleicht... Sehr gut! Es sollte vielleicht noch ein paar Strutios ausbrüten, ne? Ich bin auch noch im Weg, sonst kann ich hier keinen Strom haben. So... So... Wir versuchen es so groß wie möglich zu machen, aber... Obwohl, das geht sogar! Ich habe bis hier hinten Platz. Hier können wir sogar noch einen Fleischfress oder so hinpacken. Krass! Oh... Moment! Moment! Ja, jetzt muss ich... Ich muss noch kurz... Ähm... So... Das müsste doch jetzt wohl genügen, oder? Nein, also... Ich fülle hier nochmal auf... Hier... So... Es ist echt ein großes Gehege, hier können echt noch ein paar coole Dinosaurier rein! So... Das ist echt groß! Also... Ihr könnt hier schon mal... Ähm... Euch entscheiden, was hier reinkommt. Ich zeige euch nochmal die Auswahl, die wir haben. Wir können entweder noch mal Fleischfresser rein tun, oder... ganzen Haufen Pflanzenfresser... Ich trinke noch mal kurz was, in dieser Teil könnt ihr euch mal entscheiden. So... So... Bin wieder da! Oah... Moment... Moment... Ich muss die Faktion wieder zurückstellen... Häh... Das ist wahnsinnig... Das ist ahollr... Ich werde für ein Pflanzfresser-Gehege... Und... Fleischfresser... Hm... Mal gucken... Wartet mal! Die Entscheidung können wir ganz einfach machen. Wir haben vier Fleischfresser, zwei Pflanzen, noch ein Fleischfresser, zwei Pflanzen und ganz viele Pflanzen. Wir können es ja so machen, dass wir da hinten ein Fleischfressergehege machen und hier hinten ein großes Pflanzenfressergehege, weil... Da haben wir eine größere Auswahl, ein ganz großes Fleisch, also beides, ein großes Pflanzen- und Fleischfressergehege hinten hin. Wir haben genug Platz, Leute, wir haben genug Platz. Haben wir hier Platz noch für ein... Hm. Aber ich brauche noch einen neuen Auftrag. Ist das okay? Wenn wir das so machen, wie ich es gar nicht habe... Wenn wir das so machen, wie ich es gar nicht habe... Das freut mich. So. Ja. Finde ich... Hier ist eine neue Sicherheitsmission. Nein, bei dir haben wir schon alles. Ich hätte gerne eine... Ähm, Einkaufsbewertung. Ah, wir müssen... Ähm, Einkaufsbewertung. Ah, wir müssen... Wir müssen jetzt erst was anderes machen. Ähm... Ähm... Wir müssen jetzt erst was anderes machen. Moment. Holden... So. Ah, das ist so. Und... Das ist soamily, happy.